Wir reden ja über Geschlechtergerechtigkeit. Wie viele Geschlechter gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich? Nö, also das ist eigentlich, das haben wir ja vorhin gehört, also es gibt Mann, Frau, es gibt jetzt das dritte Geschlecht, es gibt Menschen, die im falschen Körper geboren sind, es gibt Menschen, die ein Geschlecht haben und ich sag mal... Das ist unglaublich, also ich lege mich da nicht fest, welche Geschlechter es gibt, das ist ja, das liegt ja an jedem selbst, also das ist die Natur. Sie dürfen sich widersetzen.